Ach, hallo. Ja. Ich liebe euch wirklich, wisst ihr? Ja. Ich liebe euch. Haha. Ich liebe euch wirklich, wisst ihr? No. Ich wünschte, das würde ewig so weitergehen. Ach, ich auch. Awo muss euch geschickt haben. Und schubidubidu, schubidubidu. Hallo, ich bin Detlef Deezost. Dancing Skits, ja. Awo muss euch geschickt haben. Du, 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 du. Ihr verdient es, angebetet zu werden. Schubidubidu. Wie geht es euch, o Herr? Haha. Ich liebe euch wirklich, wisst ihr? Ja. Ich bin ja so glücklich mit euch. Awo. Hallo. Ah, hallo, mein Herzblatt. Na, Schnuckiputz? Wie ist es? Hast du gerade mal eine Minute? Hier, für mich? Hallo? Hallo, geliebtes Herz. Hallo, ich, äh. Ja. Ich bin ja so glücklich. Wir sollten uns näher kennenlernen. Auf jeden. Oh, ja. Ich gehe ins Bett. Kommt ihr mit? Ich bin plötzlich auch sehr, 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 sehr müde. Ja, Lilis, dann komm mal mit und, äh, ja, und, äh, hier übrigens auch. Und was ist, wenn ich da vielleicht mal versuche? Moment. Oh, kitzelig. Und vielleicht dort ein bisschen? Ja, allerliebst, allerliebst. So, guck mal auf die Uhr. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Das war schön. Ja, vielen Dank. Das war Nummer sechs, wenn mich nicht alles täuscht. Und... Ich bin ja so glücklich mit euch. Weißt du, eigentlich müssten wir jetzt nur mal sieben durchziehen und dann haben wir es aber auch. Ja, Mensch. Ach, macht es ja auch noch Licht aus. Ist ja super. Ja, Hallöchen. Ja, hallo. Guten Tag, guten Tag. Ich freue mich. Na, jetzt aber hier. Ja, der hat gesagt, der kommt nachher auch vorbei. Schubidu. Ach, Mensch, guck mal hier. Nee, aber guck mal meine Muskeln. So, jetzt Nummer sieben, bitte. Nummer sieben, bitte an die drei. Nummer sieben, bitte. Ah, hallo, mein Herzblatt. Ja, Nummer sieben. Ja, gehen wir zusammen ins Bett. Klaro. Wir sollten uns näher kennenlernen. Im Bett. Aber hallo, möchtet ihr mit eurer Frau schlafen? Aber ja, ja. So, mal gucken. Nummer sieben schaffe ich auch noch. Ist ja ein richtiger Marathon heute. Boah, warte mal. Ich muss erst mal ein bisschen hier. Oh, hier blaue Pille. Warte mal. Jetzt. Ja, ja. Jetzt geht's auch wieder. Warte, jetzt. Und wenn ich... Oh, oh. Oh, oh. Au, au. Ah, nicht da. Nicht da. Nein, nein. Aua. Brandeisen weggelegen. Ah. Guck, so süß. Ah. Ja, so. Das war es auch von Nummer sieben. Und jetzt wollen wir mal gucken. Wir müssen... Jetzt obeinig müssen wir uns teleportieren. Und zwar in den Darkwood. Hookküste. Ist ja nicht das Richtige. Wieso gibt's denn hier eigentlich nicht so was für den Darkwood, verdammte Axt? Naja, gehen wir mal darüber. Sekunde Hustenanfall. Moment. So. Greatwood. Was haben wir denn hier für ein Schlemiel? Den klatsch ich hier einmal gegen die Felswand. Dann ist aber Ruhe. So, und hier hat die Sedamstraße gerade Klassenausflug. Da wollen wir hier gerade mal aufräumen. Ach, Mensch. Halt die Schnauze und lass mich hier mal... Ja, ja, ja. Ich zeig's ihnen später. Lass mich mal bitte durch. Ich muss mich hier mal ganz schnell durchschnetzeln. Sammle ich gerade noch mal ein paar lächerliche XP, die da irgendwie... Weiß nicht, ob die überhaupt noch was bringen dann. Und auf jeden Fall... Werden wir dann... Was wollte ich dann... Ach, ich wollte ja zur Tür gehen. Schon wieder so ein alter Dickwands-Tier. Heee. Heee. Sag mal... Ach so, weil die Schwerter gegen den Kämpfen ist ja gerade ein bisschen... ...okkupiert, der Gute. So, das war's jetzt aber auch. War jetzt nicht so schwer. Und einen Rubin haben wir auch gekriegt. Was wolltest du denn, du scheiß Tür? Sag mal. Bevor euer Kampfmultipliker... Ach, der Kampfmultiplikator. Wie ich den jetzt hier noch in die Höhe treiben soll, ist mir zwar ein Rätsel mit dem Troll. Hm. Ich glaube, man kann das machen, wenn man sich einfach den Schild draufballert. Und dann einfach die ganze Zeit stehen bleibt oder ausweicht. Dann kann man den Kampfmultiplikator in die Höhe treiben. So. Ach Mensch, was willst du denn? Ja, ich würde sagen, mit dem Solos-Schwert ist mal ganz gut beraten. Da schnetzelt man sich mal eben so ein bisschen den Weg frei. Ja, was ist das denn hier? Ach. Entschuldige, ich hatte dich ganz vergessen. Aber jetzt ist schon wieder Ruhe. So, und wir setzen unseren Weg fort zu den Darkwood-Schlümpfen. Die haben hier nämlich auch ihr Quartier bezogen. Kennt jemand noch die Schwarzmützenschlümpfe oder wie die heißen? Da haben sich die Schlümpfe immer gegenseitig gebissen und haben irgendwie so ein Virus ausgetauscht oder so. Ja, jetzt lass mich doch mal ganz kurz dich töten, bitte, damit wir hier ein bisschen weiterkommen im Let's Play. Auf jeden Fall die Schlümpfe. Aber da gab es doch diese eine, diesen einen Comic, wo die alle so infiziert waren und sich gegenseitig gebissen haben. Und die Händler können da unbehelligt durchgehen. Ich muss kurz husten, Sekunde. Boah, so. Ja, jetzt aber gut. Und wir befleißigen uns wieder des Pilzeschießens. Wenn man siebenmal in der Kiste war, muss man einfach ein paar Pilze schießen. Das ist ja ganz normal. So, und ach, der hat sich gleich freiwillig mit verabschiedet. Dann wollen wir mal weiter und sind auch schon gleich am Darkwood. Äh, naja, Modell. Ich sag's mal, wie es ist. Ach, hier ist auf jeden Fall wieder die Hölle los. Was haben wir denn da? Die Viecher wieder, diese kleinen Hopgoblins, oder wie die heißen. Äh. Ach, da hinten. Und ich find's immer spannend, dass Räuber mit, mit anderen Viechern keine Probleme haben. Die, also die Goblins, die greifen jeden an. Aber offensichtlich greifen sich die Bösen untereinander nie an. Und das fand ich schon mal ganz merkwürdig an Spielen. So, gib mir das mal alles her. Und, äh, das Säcklein ist doch eh zu schwer. Wo können wir jetzt hin? Da müssen wir jetzt hin. Nee, Darkwood Lager, da will ich ja nicht hin. Das war dann doch mehr da drüben. So, hier müsste man richtig sein. Und dann mal gucken, was die Tür jetzt zu melden hat. Wir waren ja immerhin extrem fleißig. Ein Bein zieh ich noch nach. Aber für das Item, das hat sich einfach gelohnt. Wir können dann auch nochmal zur Hook-Küste ohne Quest und gucken, ob wir da was machen können. Hallo, Tür. Wie können die denn darüber tratschen, wenn wir die ganze Zeit im Ehehaus waren? Meine Fresse, Mann. Die Nachbarn haben uns wahrscheinlich gehört, als wir die Wand rausgefögelt haben. Naja, was soll's. Das passiert halt manchmal. Da muss man eben durch. Ich muss aber wissen, ob ihr ein echtes Bettmonster seid. Ihr wisst schon, ein Matrazo-Holica. Ein Matrazo-Holica? WTF, liebe Tür? Ja, und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt... Die Leute haben... Ich muss... Hä? Hä? I don't know what he means, ihr Freunde. Das ist mir ein bisschen Respekt. Hallo. Ja, danke. Deine überzeugende Rede hat mich total, äh... Naja, überzeugt, ne? Denn sie war ja so überzeugend. Aber hier drin gibt's auch nichts Neues, oder? Ein echter Held, Sir. Ein echter Held. Oh! Hurra! Er ist wunderbar. Hey! So. Hurra! Okay. Ja. Ein Matrazo-Holica. Ich hab leider keine Ahnung... Was ist überhaupt mit der Statue? Achso, das war ja die Domi, ne? Ähm. Und ich hab leider keine Ahnung, wie man jetzt der Statue beweisen kann, dass man ein Matrazo-Holica ist. Und ich beame mich gleich mal jetzt zur Hook-Küste. Mal gucken, was passiert. Hook-Küste. Das Plätschern nervt übrigens. Ich glaube aber nicht, dass man hier irgendwas machen kann, was schade ist eigentlich, weil das ist ja ein neues Gebiet. Das könnte man natürlich sehr schön 10.000 Mal verwursten wie die anderen Gebiete alle. Aber ich warte mal drauf, ob die Läden hier mal aufmachen. Kaufen kann ich mir das nicht, ne? 29.000 Gold. Ah! Das hab ich noch gar nicht gewusst. Hier ist immer offen... Mann, die Läden haben mir auch immer zu. Oder ich komm immer zu spät. Ich weiß es nicht. Kann ich vielleicht hier... Kann ich da vielleicht mal an der Matratze? Räuch'n? Nee? Nee. Ach, doof. Mann, Leute, ich muss knacken. Gebt mir doch mal hier irgendwo so einen alten Schlafsack oder sowas. Oder ich würde hier auch noch auf einer Strohmatte pennen. Ist mir doch egal. In diesem verlausten Kaff hier. Ich könnte mich natürlich in die Schenke legen. Geht doch mal ein Bier rüber, ja? Wer bist du denn? Rechen herzlichen Dank. Guten Tag. Ein Ring wäre nett. Ein Ehering, meine ich. Äh, was? Hallo? Ich schenk dir doch keinen Ehering, du, äh... Ja! No Homo, in Klammern. Kommt und spielt! Schiebt den Penny! Die Preise ist 200 Gold. Ach komm, wir benutzen das Bett mal. Gucken jetzt 8 Stunden aufs Bett für 200 Gold. Und dann... Mal schauen, ob die Läden... Ja, ich spiele später Schieb den Penny in den rektalen Bereich. Äh, auf jeden Fall will ich hier erstmal gucken. Hallo. Guten Tag. Du bist der Verkäufer? Möchtet ihr vielleicht handeln? Ja, ich möchte gerne handeln und mal gucken. Kleidung, Hände, Willenskraft-Handschuhe. Können wir eigentlich nix mit anfangen? Ist auch Minus. Na gut, warte mal. Husten. So, hier kriegen wir ne Plattenbrust. Ne Plattebrust, hahaha. Und zwar... Die macht Gruselfaktor plus 25. Aber die macht auch Gruselfaktor bei Attraktivität noch höher. Ich müsste eigentlich das Plattenbruststück holen, weil das macht plus 67 Rüstungswert, auch wenn es die Grundhaltung auf 0 runterdreht. Aber das wäre mir dann schon fast egal. Beine gibt es hier auch. Plattenleggins macht auch mal plus 58. Also ich müsste eigentlich ein bisschen Geld ansammeln jetzt. Plattenstiefel haben wir schon. Das ist schon ganz gut für den Kopf. Wächterhut braucht man nicht. Hände haben wir hier natürlich wahrscheinlich auch. Die Platten... Plattenfechthandschuhe gibt 0, weil wir die schon haben. Tja, wie viel braucht man denn da? Hm, hm, hm. 7.000. Ja, scheiße. Wir dachten, man hätte euch getötet. Nein, hat man nicht. 13.000 brauchen wir dafür. Und was ist denn das hier? Hallo. Was hast du denn? Ach, du hast fünf gesuchte Gegenstände. Fünf Gegenstände, ein Trank. Naja, Geschenk, rote Rose, Nahrung, grüner Apfel. Ist ja fantastisch. Ich könnte jetzt natürlich... Ach, Gegenstände will ich gar nicht verkaufen eigentlich. Tränke, Geschenke, Nahrung will ich nicht verkaufen. Was hast du denn zu verkaufen? Auch nur Gegenstände, Geschenke zum Beispiel. Ja, das ist alles so Pille. Vielleicht kann ich ja ein paar Gesundheitstränke kaufen. Kaufe ich mal das Maximum. So. Ist mir aufgefallen mit dem seltsamen Ort. Wieso sind denn hier überall Schwule? Ja, nee, mach mal lieber nicht. Ich buche... Also ich frage mich das halt nur, dass hier an der Hook-Küste überall... Naja... Heißt ja nicht Druck-Küste. Hahaha, witzig.